Die Kamera Die Traveller Zoom Kameras von Panasonic gehören zu den bekanntesten Kompaktkameras auf dem Markt und zeichnen sich trotz sehr kompakter Abmessungen vor allem durch einen großen Brennweitenbereich aus. Die Panasonic Lumix TZ36 ist das kleinere Modell der beiden 2013 vorgestellten TZ Kameras und mit einem 20-fach Leica Vario Elmar Objektiv ausgestattet. Dieses besitzt eine Brennweite von 24 bis 480 mm und eine Blendenöffnung von f3,3 bis f6,4. Damit ein derartig großer Brennweitenbereich bei einer so kompakten Kamera überhaupt realisiert werden kann, fährt das Objektiv bei maximaler Brennweite sehr weit aus dem Kameragehäuse heraus. Um die Panasonic Lumix TZ36 besser in der Hand halten zu können, hat Panasonic auf der Vorderseite einen Handgriff aus Kunststoff angebracht. Dieser besitzt eine leicht geriffelte Oberfläche. Auf der Oberseite der Kamera liegen neben dem Lautsprecher und dem Mikrofon das Programmwellrad, der kombinierte Brennweitenregler sowie Fotoauslöser und der Videoauslöser. Zudem ist eine Taste zum Ein- und Ausschalten der Digitalkamera vorhanden. Die Rückseite der TZ36 ist klassisch gehalten. Hier befinden sich das Steuerkreuz, das verschiedene Funktionstasten beherbergt, eine Taste, mit der unter anderem die Blende verändert werden kann und eine Taste zum Aufrufen des Wiedergabemodus. Ebenfalls direkt einstellen lässt sich das Display und ein Quick-Menü, mit dem die wichtigsten Parameter aufgerufen werden können. Rechts hat Panasonic an der Digitalkamera eine USB-Schnittstelle und einen HDMI-Port platziert. Darüber lässt sich die Kamera mit einem Computer verbinden oder Bilder und Videos können auf einem externen Monitor angesehen werden. Auf der Unterseite der Reisesumkamera liegt das kombinierte Akku- und Speicherkartenfach. Hier hat man Zugriff auf den 895 mAh starken Akku vom Typ DMW-BCG10E und die Speicherkarte. Der Akku wird per USB-Kabel direkt in der Kamera geladen, als Speichermedien lassen sich SD, SDHC oder SDXC Speicherkarten einsetzen.